Jawoll! Kampf wieder weiterhin gewonnen. So, wo ist er, Muguri? Wo ist er, wo ist er? Da! Wo ist er, Muguri? Es ist okay, ich werde mit dir beantworten. Hahaha, wir sind Katapult. Kehre zu Muguri-Dorf zurück und melde dich bei Muggl. Null Problem. Kriegen wir wohl hin, ne? Kannst du dich beantworten? Ich werde mit meinem Knie schlagen. Alles wird endet. Au, 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 au! Diese blöden Kackviecher, ne? Okay. Final Fantasy 14 muss ich irgendwann auch nochmal wieder spielen. Ja, äh, schön mal dein Leben. Ich wollte erstmal noch die, äh, äh, ähm, ein Quester noch erledigen da. Ich kann ja nicht alles gleichzeitig, Hope. Ich kann nicht alles gleichzeitig. Fertig. Nein, nicht wieder dein Beschwören. Oh, er hat's doch geschafft. Oh Gott. Er hat seinen Beschwören noch hinbekommen. Guck mal. Jawoll. Schon alle noch in Schock besiegt. Ah, ja, 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 okay. Ich hab' verstanden. Ich denke mal, ihr wisst ja auch schon Bescheid, ne? Oh, darf ich mal bitte durch? Oh, da steht schon wieder im Weg stehen. Schön Flächesschaden machen. Schön Flächesschaden machen. Wow. Haha, alle, wie die gerade richtig mega in Schock waren. So. Zwei Sterne Quest. Wo. Alle, die Leute sind um Wurzuch. Wo sind sie ganz weg von Schocken. guards haben, um sie mit dem Wurzuch. Sie sind für alle mit Neusgeistik tracei. Sie wurden dem B Legend aus. Kupo? Wie bist du denn? Ich bin mit dem. Ich bin mit Schocken. Ich bin mit Schocken. Ich bin mit Schocken. Oh, ich bin mit Schocken. Ich habe mich immer noch mit 3 Leute aufzuhalten, aber ich habe noch nicht noch geholfen. Was hast du denn, was hast du denn? Ich habe mich zu finden. Ich habe mich zu erinnern. Ich habe mich zu erinnern. Was hast du denn? Ich habe mich für die Welt geholfen, und mich zu erinnern. Ich habe mich für die Welt geholfen. Ich habe mich für eine große Schwung aufgenommen. Ich sollte mich für mich erneut nicht bemerken. Ich habe eine große Schwung auf dem Weg genommen. Die Schwung ist das für Sieg? Was ist das für Sieg? Ich mache mir doch mal. Ich werde noch so sagen. Ich werde sich für Sie zu einem drei Mal überlegen. Ich werde mich für Sie selber anschauen. Und eine weitere Seele gerettet. Das wird ja immer besser hier, oder? Ah, gut. Da wird soweit alles erledigt hier, ne? Mehr gibt es ja auch nicht zu erledigen, oder? Hier bei Mugridorf. Nö, wie es aussieht nicht. Unser Solltier erfüllt. Nochmal wieder zurück zum Jackdorf. Abgefahrene Musik geht ab, ne? So. Sollen wir jetzt mal schon mal dahin und damit wir da rüberkommen? Mugridorf haben wir ja soweit alles erledigt. Ansonsten ist er ja auch nichts mehr so Großartiges, was man noch erledigen könnte. Also, hm. Ich denke mal, wenn wir jetzt diesen Tag hier vorbei haben, gehe ich dann nochmal zu dieser Wunschtafel und, ja, wow. Weil, ich glaube, der Brony auch noch welche Gizarkraut und all den ganzen anderen Kram. Oha, jetzt schon so spät? Oha, jetzt schon so spät? Ich denke mal, ich glaube, dass ich hier auch noch mal den Weg oben mal frei machen, damit ich da, äh, dann hin teleportieren kann. Ich hoffe, dass es, äh, eine Möglichkeit dahin zu teleportieren, denn wenn ich da... Bin? Okay. Hä? Warte mal. Ich muss doch... Hm. Ein Mädchen, das in isoliertem Dorf Oeba auf Grund, äh, auf Grand Pools aufwuchs. Eine Verkettung und durch ihre Ereignisse führte dazu, dass Vanille gemeinsam mit ihrer besten Freundin Feng für Jahrhunderte in Kristallstatuen schlief. Als sie aus ihrem langen Schlaf erwachte, spannen sie einen Geflecht aus Lügen zusammen, um die Schuldgefühle über den Tod vieler Menschen, inklusive Sarah, zu bewältigen. Doch gemeinsam mit Lightning und ihren anderen Freunden schafft sie es, schließlich sich der schmerzhaften Realität zu stellen und gemeinsam mit Feng ein Wunder zu vollbringen, wodurch sie für ihre Sünden bezahlen konnten. Die beiden wurden zur Kristallsäule. Die Cocoon am Himmel hielt und rettete so viele, äh, seine Millionen Einwohner. Hunderttausend waren, äh, äh, tausend Jahre waren vergangen, ehe Vanille und Feng vor 13 Jahren erwachten. Nun hat der Orden Vanille fest im Griff, nennt sie die Gepriesene und spricht ihre mysteriöse Fähigkeiten zu. Mok. Als Lightning ihre ersten Schritte in Valhalla machte, war Mok ihr erster Vertrauter. Später bat Lightning ihn darum, ihre Schwester Sarah und Noel auf deren Reise zu begleiten. Nach der Schlacht war unklar, was mit Mok geschehen war. Doch nun stellt sich heraus, dass er mit seinen Mokri-Kameraden wieder vereint und von ihnen zum Anführer des Mokri-Dorfes gemacht worden war. Er kam zu seinen Namen, weil bei seinen ersten Erscheinen nicht bekannt war, dass es außer ihm noch weitere Mokris gibt. So nannte man ihn Mok. Als Kurzform für Mokri. Vor langer Zeit forderte er Lightning in den Kampf heraus, doch er unterlag ihr schnell und ergab sich sofort. Ständig ist er auf der Suche nach einem einfachen Weg durchs Leben. Soweit die Charaktere. Game Over. Der 13. Tag ist der letzte Tag, den diese Welt erlieben wird. Es ist der Tag, an dem der allmächtige Gott Banevelse erwacht. Gelingt es Lightning nicht, ihre Bestimmung als Erlöserin vor diesen 13 Tagen zu erfüllen, endet die Welt und das Spiel ist Game Over. Boah, wie das eigentlich schon aussieht, dieses Game Over, ne? Lightning-Fähigkeiten ausbauen. Seelen erlösen. Kleidung, Waffen und Rüstung tragen wesentlich. Fähren, falls Apple in der Gäste mit seiner Steine die Möglichkeit sie zu verkaufen. Ehm, ja, das war mir auch schon klar. Ich gucke gerade jetzt wegen den Chocobo. Achso. Ah ja. Der Engel war das. Ach ja, da müssen wir aber noch hin. Okay, das haben wir auch jetzt erfüllt. Aber, ich denke mal, wenn der neue Tag kommt, werden sowieso unsere ganzen EP wieder aufgefüllt. Deswegen lasse ich sie erstmal sonst verschwenden, weil, ja, bringt ja nichts, dass wir sie erstmal bis dahin aufbewahren, die EP-Punkte denn. Hat man eben halt dann noch so ein bisschen, äh, ja, geschenkte Zeit noch weiterhin. Besser ist es, besser ist es. Ich bin ein bisschen unfähig, das, äh, das richtig zu machen, dass ich da rüberkomme, weil sonst müsste man hier weit herumlaufen. Irgendwie kriegt er das Licht ja hin, rüber zu fliegen die ganze Zeit. Hm, das ist komisch. Ziemlich komisch. Wow. Ja, so macht er das, ne? Wie alle Leute klatschen. Jetzt geht's. Ah, jetzt hab ich's verstanden. Jetzt hab ich's verstanden, Leute. Ah ja, okay. Jawohl. Okay. Jawohl, Monsterhack. Eine Blitzkreatur. Widerstand absolviert. Ah ja. Und gibt Monsterhack. Hm. Was bist du denn für einer? Ach du Scheiße. Okay, der hat unbekannt. Bist du denn schwach, bitte? Oh, Mann. Abgefahren. Das ist wohl dieses Viech. What the fuck? Ah, Ero ist ja schwach. Ah. Oh, sorry. Lol. Jawohl. Jawohl. Was geht denn da ab? Uiuiuiuiuiuiui. Ist schon klar. Jo. 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 Läuft. 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 Albiiert Schwäche. Albiiert Wind. Feuer ist ja schwach. Jawohl. Jawohl. What? Ich habe halt ausgewiegen. Ah, jetzt kriegt er wieder. Ah, ha, 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 ha. Okay, alles klar. Jetzt hat er wieder seinen Dings da gewechselt. Scheint er wohl gegen Eis schwach zu sein. Nein. Nein. Au. Dieses Smith-Fiech, ne? Das ist so kacke. So. Schwäche Feuer. Wunderbar. Wunderbar. Jawohl. Wunderbar. So. Schwäche Wind. Wind. Nein Nein, was, schon wieder? Achso Ja, geil Nice Nice, 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 nice Wow Ah ja, stimmt ja, oh 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 Jawohl Jawohl Hä, was geht denn jetzt denn ab? Ach Quatsch So So Bleib stehen Monster Hack Äh Okay Wow Noch ein Viech Aber die anderen Daten haben wir noch nicht, also die Schätze die er noch weiter hin gibt Okay, was hat er jetzt alles nochmal Einfach mal abwarten Immer noch So weit so gut Blitz Let's Oh, danke schön Oh 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 Ok, Blitzschutz. Wind. Ok, Blitzschutz. Ach Blitz, oh mein Gott. Nix da. Jawoll. Ach Quatsch, nein, nein, nein. Feuerschutz. Ne, das habe ich schon wieder nicht. So. Feuer. Na super. Wow. Komm schon, komm schon. Hau raus, Lightning. Jawoll. Zwei Stück besiegt. Und einen weiteren Ship. Sehr schön. Sehr schön. Geben wir mal den Quest abschleunigsweise in unserer Nähe. Und den anderen gebe ich dann sonst hier bei der Wunschtafel ab. Und dann haben wir eben halt die auch erfüllt. Und dann haben wir eben halt die auch erfüllt. Ja. 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 Ja.